So und damit willkommen zu einem weiteren Part von Super Smash Bros. Ultimate Online. Heute im Together mit Jordan. Guten Tag. Oh, hi. Er sitzt neben mir und wir spielen online im Duo-Modus und ich werde komplett zacken, aber das ist ja allgemein bekannt. Auch wenn wir die erste Runde gerade die Gegner ohne einen Lebensverlust gekriegt haben. Das Problem ist, wenn du solche Aussagen bringst, dann erwarten die Leute gleich was und es gibt auch nichts zu erwarten. Ich versuche gezielt Smash-Attacken zu hitten und damit die Gegner halt rauszukriegen. Okay, Mario hat sich gerade selber umgebracht. Das finde ich sehr sozial. Wir schwimmen übrigens mit meinen Regelset, also keine Items, 5 Minuten, 2 Stocks. Etwas kürzer, damit ich bei Leuten, die legen, keine absolute Krise bekomme. Ich glaube, das ist die Stage, auf der ich am wenigsten gespielt habe. Ich glaube auch. Ich mag sie nicht mal irgendwie. Nee. Also ich finde sie jetzt auch nicht so schlecht. Lauf rein, Zelda. Weitaus schlechtere, aber... Weiß nicht, wenn ich mit zufälligen Stages spiele oder so, dann kriege ich halt wirklich nur die, die noch schlimmer sind. Höhlenabenteuer? 75 Meter Höhlenabenteuer, Elektro... Nee, Elektroplante heißt es, oder? Ah, ich weiß nicht, wie das heißt. Was meinst du? Hannenbau, glaube ich. Ah ja, das mit dem Wasser unten. Ja. Diese komplett seltsame grafische Map. Autsch. Ja, die basiert auf so einem komischen DS-Spiel, das Niren gespielt hat. Ich glaube, die ist da unten ein bisschen im Arsch. Ich glaube, wenn du jetzt einmal triffst... Ich äh, edgeguard hier oben einfach, Leute, damit zur Tür hier nicht hochkommt. Wow. So. Einfache Runde? Das war schon chillig. Da war die erste, glaube ich, sogar noch ein bisschen spannender. Ja. Die packe ich, glaube ich, einfach ganz ans Ende. Egal. Kann aber auch einfach daran liegen, dass Pikachu und Pichu ziemlich ekelhafte Charaktere sind. So, die Gegner sind natürlich gelieft und jetzt gegen... Oh, Snake. Ich hasse Snake. Alter, Snake. Und KP-Battle. Oh. Oh. Aber Kirby ist irrelevant. Och, nö. Ich hasse den Typen jetzt schon. Och, ne, der spammt auch nur den Hammer, glaube ich. Das wird ekelhaft. Habe ich schon gesagt, dass ich KP-Battles sehr interessant finde und noch nie online gespielt habe. Ja, okay. Kirby spammt nur Specials. Richtiger Sozaller einfach. Grüße gehen raus. Komm, bring mich einfach um. Was? Hä? Warum nach... Ach so, trotzdem mit zwei Stocks. Okay. Ja, ja, klar. Ich finde es auch besser mit zwei Stocks bei KP-Battle. Ja, finde ich auch besser. Ist zwar eher seltsam, aber für den Fall, dass man halt runtergeht, dass man nicht direkt dann down ist. Ja. Hallo, Kirby. Hallo. Oh Gott, ich kriege gerade absolut gar nichts hin. Aber die spielen auch so ganz komisch. Die spielen echt richtig seltsam. Ja, ich dachte, die Smash-Fertigkeit, die man hat, ist immer noch relevant für die... Okay. Ich glaube nicht, weil die geht ja auch nicht hoch. Als ob der so lang... Stimmt, natürlich. Oh, ich hasse es, wie man in dem Modus... Also, KP-Battle halt kaum spiken kann oder so. Ich finde es gerade auch, dass es sich sehr seltsam spielt. Die Gegner kriegen halt wirklich kaum Knockback, das ist halt die Sache. Oh, ich habe ihn zur Seite rausgehauen. Ist halt eine Walk-Off-Stage, hier geht das noch. Autsch. Als ob ich keinen Sprung mehr übrig hatte. Egal, ich hatte eh nur nur 3 KP, das war jetzt irrelevant. Und tschüss, Kirby. Na, ist auch nicht. Superwurf übrigens. Ja, weiß ich. Ich mache nur Superwurf. Oh, ich habe ihn damit getroffen. Egal, er hat nur 13 KP. Okay, tschüss. Okay. Interessante Erfahrung, aber... Einzigartige Runde. Habt man euch das Gefühl, dass man einen Input lag, diese Runde? Weiß ich nicht. Also, wenn... Es hat zwar nicht geleckt, aber ich habe irgendwie so einen minimalen Input lag. Aber ist auch egal. Der war jetzt, wenn, dann nicht so relevant. Ne. Ist mal 5 für mich aufgefallen. Minimalst. Minimalst. Meistens. Ja, außer bei KP-Battles. Oh Gott, doppel-Widley. Okay, aber wieder meine Regeln. Ist ekelhaft. So wie der Charakter generell, der ziemlich braindead ist. Aber immerhin ein Vorteil, Whitley, ist relativ einfach zu treffen. Aber immerhin ein Vorteil, der Command-Grab ist jetzt noch nerviger. Echt? Ja, wenn die zu zweit sind. Wenn die zu zweit sind. Achso, das meinst du. Ich dachte, die haben die nochmal gebufft. Ne. Und dann wäre ich aber raus hier. Ist eh schon das, was ich am Charakter am meisten hasse. Dass er einfach so einen braindead Command-Grab hat. Als ob. Den ich wirklich noch schlimmer finde als den von Gendorf oder so. Echt? Ja. Ich finde von Gendorf eigentlich war das Schlimmste bisher. Yes. Du kannst mit dem von Gendorf halt ein bisschen cheesen. Wenn du ungefähr weißt, wenn der Gegner gehen will, dann kannst du immer wieder grappen. Die machen vor allem hauptsächlich das, ne? Irgendwie gefühlt. Ja, schon. Das sind auch diese Special-User die ganze Zeit. Wobei, ich sollte mich scheinbar zurückhalten. Ich meine das ja genauso. Okay, noch sind wir ein Stock im Vorteil. Die haben beide über 80. Und du hast noch 0. Ich habe auch noch 4. Stimmt. Yes. Uh, schon mit dem Rap. Warte. Jetzt. So geht das, ne? Im Team. Oder wir spielen einfach Ping-Pong. Das ist auch ganz witzig. Immer diese Clips. Das kann man auch machen. Aber ich glaube, 3 Runden ist ein bisschen zu wenig. Normalerweise will ich ja immer 3 machen. Hm, das geht bei Saturn ganz gut auf, aber hier nicht. Ich würde echt noch gerne meinen Charakter wechseln. Dafür ist der Move wahrscheinlich auch. So, wir haben beide unsere Charaktere gewechselt. Jetzt. Mi-Schwert-Campfer-Dongle-Kong gegen die beiden da. Disgusting. Domi-DK. Sind das so Domtando-Fanboys oder so? Domi ist kein... Dominic, Spitzname. Oh, die nutzen auf jeden Fall viele Specials. Und nerven gerade ein bisschen. Ja. Muss ich zustimmen. Lass mich aber tatsächlich relativ einfach reden mit Mi-Schwert-Campfer zumindest. Falsche Richtung. Rar. Ey, was machen die? Spam die ganze Zeit einfach nur Schwertangriffe gefühlt. Na gut. Mach ich auch, aber... Wieso? Ich war so im Schild. Egal. Okay. Ich glaube, wir verlieren diese Runde. Jetzt habe ich so ein bisschen casual gespielt. Jetzt ist wieder getry-harded. Hallo. Danke, dass ich aus der Kombo hinkommen bin mal. Warum kann er mich direkt aus meiner Dash-Attack angreifen? Schade. Hä? Ja, ist ein bisschen weird gegen die. Und ich habe mich umgebracht, glaube ich. Hä? Das ist Betrug. Das ist Betrug. Ich habe oben Spezial gemacht. Nicht normal. Null Betrug. Nice one. Nice shoot, Greg. Versuch. Ja. Yes. Ich hasse mein Leben. Okay. Zwei Kills. Oh fuck, ist das so cheesy einfach. Deswegen versuche ich auch die ganze Zeit mit Fernangriffen zu spielen und nicht eben so nahe ranzugehen. Ich vergesse aber die ganze Zeit immer Schild zu nutzen. Das ist nicht gut. Das stimmt. Okay, lassen sich zum Glück von dem Tornado relativ einfach immer... Yes. Er ist direkt reingerannt. Der auch. Fuck. Ah, ich komme meinen Kunden, das wäre schon nicht mehr einsetzen. Nicht direkt reingehen. Fuck. Da konnte ich nichts machen. Wird es noch ein Stock für mich? Ja, wie geht das? Äh, weiß nicht. Ich spamm alle Knöpfe. Plus, minus, irgendwie so. Ich habe es versucht, geht nicht. Oder muss ich irgendwas drücken? Ah, okay. Was? Du kannst mein Stock abziehen. Das ist etwas lächerlich, aber... Ey, der ist... Alter. Oh, wieso kein Double Stock Abzug, weil er sich selbst umgebracht hat? Schade, das wäre jetzt die Chance noch gewesen. Hui. Wir könnten auch mit Dogville Mega Man spielen, das ist auch ziemlich ekelhaft. Äh, ich kann das nicht. Ja, schade. Du kannst halt mit dem Pellets von dem... Yes. Also dem... ...normalen Angriffen den Gegner stunnen. Das ist ziemlich lächerlich. Und mit dem dann tot... Oh Gott, wie bin ich denn da nicht rausgeflogen? Yes. Wenn wir wenigstens noch den Roy loswerden. Nein! Nein! Ich bin raus. Nein! Würdest du den Roy jetzt rauskriegen, hättest du noch eine Chance. Aber die machen das schon gut als Team. Ja, ja, ist spannend. Muss man ja sagen. Jetzt haben sie dich an der Edge. Oh, das ist so witzlos, weil die Recovery von dem Typen so trashy ist. Ja. Ja, das war's. Ja, das war's. Und noch so runter. Kann ich nichts machen. Ist dann einfach so mit Decap. Aber spannende Runde. Vielleicht wollen wir noch ein Rematch. Wäre mal cool, wenn irgendwie nicht jeder direkt gehen würde. Ja, wäre mal ganz witzig. In dieser Runde hätte ich doch bei Roy bleiben sollen. Tja, Tier. Also wäre wirklich mal eine Abwechslung, wenn die nicht immer jede und jede Runde liefen würden. Hans und Hans. Interessante Namen. Erstmal schön hier eine Combo nehmen, weil irgendwie ist es bei ihm am einfachsten, bei Kirby mit so einem Ding, dem ganzen Kleinen. Habe ich irgendwas gesagt von nicht Special Spam? Muss ich zurücknehmen. Gerade die Unpun Special mag ich ganz gerne bei MeShredCamper. War zwar nicht so viel Knockback, aber... Tschüss, Köln. Okay, what the fuck? Oh, Gott. Komplett falsch. High Input. Ah, umbringen. Fast voll mit Decay. Gar nicht cool. Fast voll mit, äh... Ha ja! Das ist ganz witzig. Ja, bestimmt kriegst du nicht einen Cheese-Move. Gott, ich bin... Alter, das ist so ekelhaft gegen die... Ich soll vielleicht mal Schildkutz benutzen. Okay, der trollt anscheinend. Der kommt rein wieder. Wer trollt? Ja, der... Ike. Hä? Ich habe gegen ihn eigentlich keine Probleme gehabt. Nee, der geht auf den scheiß Suizid-Move und das faggt mich einfach ab. Hast du jetzt gerade zwei Leben auf einmal abgezogen gekriegt deswegen, oder was? Nee. Ich bin schon vorher einmal rausgeflogen. Ich versuche jetzt einfach so viel Dammit noch zu machen wie möglich. Okay, Kirby ist weg. Oh, shit. Geh mir noch da. Okay, sehr schön mit Tornado. Na. Zweiter hat er. Luft ausgewichen. Okay, solltest du das eigentlich haben. Lass sie einfach nicht runterdrängen. Ja, genau. Sie. Gut. Ich habe mich so wie immer komplett nämlich angestellt, aber passt schon. So, ich glaube wir machen einfach noch einen zweiten Part, LOL. Also, tschüss, bis zum nächsten. Willst du wechseln? Ja. Nein. Egal, auch wir haben Runde. Nein, eigentlich nicht. Du hast deinen ausgewählt gehabt. Du heißt nur wie ich jetzt hier, weil es meine Konsole ist. Ja, klar. Okay, doch. Stimmt. Ja, ich weiß nicht, was gerade los war. Ich gebe Nintendo einfach auf die Schuld. Nintendo Online zackt. Ja, dann merkt man es wieder. Irgendwas ist gerade passiert und dann hat sich mein Geld verdammt. Nice legs. Die Leg Bastarde. Und die spielen auch Pikachu und Pichu. Wie unglaublich widerlich. Immerhin, Pichu kriegt man leicht raus. Stimmt. Sag ich ja. Fuck Pikachu. Ja, hätte der getroffen. Tschüss. Alter. Jetzt oben die Smash-Angriff bei 80% Pichu hat schon nicht ausreicht. Roy sind wir broken? Nein. Ich sage das einfach nur gerne, obwohl es einfach nicht... Roy ist Height hier, aber nicht mal Top-Tier, also... Ja, ist gut, aber... Es gibt schlimmere Charaktere. Natürlich. Und die Recovery ist Trash. Ja klar, das ist auch einer der Mistpunkte. Ja. Und der kann gegen Projektile nichts machen, so wie viele Schwertkämpfer. Oh, schade, ich wollte kontern mal. Haha, Pikachu hat sich selbst umgebracht. Nice Pichu. Oh, deswegen kriegt er jetzt zwei Stocks ab. Schade, hätte er klappen können. Ja, wir spielen einfach nur mit zwei Stocks. Ha. Ups. Ups. Get wrecked. Get wrecked. Okay. Okay. Woelt ja gut.